Hallo ihr lieben Marken-Enthusiasten und die es noch werden möchten. Hier warten Ina Kaiser und René Götzenbrugger geduldig darauf, dass ihr nichts Besseres zu tun habt, um euch mit diesem Podcast die Zeit zu vertreiben. Vielleicht passiert das Unmögliche und ihr lernt rund um das Thema Identitätsentwicklung, Branding, Markenführung und Markenatmosphäre noch etwas dazu. Oder ihr habt vielleicht etwas gelacht, geschmunzelt oder euch aber auch nur köstlich gewundert. Die Art of Branding ist so oder so eure neue Quelle für eure Marketing-Synapsen. Vorhang auf und viel Spaß auf diesem Kanal. Willkommen zu The Art of Branding, der Podcast für Markenführung und Markenatmosphäre mit Ina Kaiser und René Götzenbrugger. Hallo Ina. Hallo René. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. The Art of Branding. Wir sind Ina Kaiser und René Götzenbrugger. Wir repräsentieren zum einen Graustich Branding, zum anderen uns selbst als Experten auf dem Sektor der Identitätsentwicklung, Branding-Prozesse, Markenkommunikation, Markenführung und Markenatmosphäre. Ja, wer sind wir und was befähigt uns eigentlich, dass wir euch jetzt hier viel Schlaues und Spannendes zum Thema Branding erzählen möchten? Ina, was ist denn deine Expertise? Wo kommst du her und warum sitzt du mir heute hier gegenüber? Also, ich bin Ina Kaiser und Expertin für Markenatmosphäre und komme aus dem Bereich Farbe und Raum. Ich habe Farbdesign studiert und dann acht Jahre in einer Berliner Manufaktur für Wandunikate gearbeitet und Oberflächen produziert für namenhafte internationale Brands und dort mein Gespür für Farbe und Materialität entwickelt. Nach einem Umzug in meine Heimat habe ich ein Label Raumunikate gegründet und war in Berührung mit dem Thema Marke nochmal aus Sicht der Unternehmerin. Ich habe mit Architekten zusammengearbeitet und Bauherren und beraten im Bereich Farbe und Interior. Und aktuell arbeite ich im Graustich und bin verantwortlich für das Thema Markenatmosphäre. Du hast gerade erzählt, dass du schon für große Marken gearbeitet hast. Hau mal eine raus. Was war so die krasseste Marke oder die krassesten Marken, für die du arbeiten durftest? Für mich war die größte Marke Chanel und das spannendste Event war die Oscar-Verleihung. Das hört sich extrem spannend an. Diese Marken sind höchstwahrscheinlich unglaublich penibel. Die Marken sind auf jeden Fall sehr genau, sind sich ihrer Identität bewusst und wissen, welche Wirkung sie nach außen transportieren möchten. Und darauf abgestimmt haben wir eben dann Oberflächen entwickelt, die das verkörpern. Hört sich auf alle Fälle spannend an. Mein Name ist René Götzenbrugger. Ich bin der Gründer der Agentur Graustich und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Marke. Ich habe auch noch vor dieser Zeit, vor meinem Studium, ein eigenes kleines Label gehabt, wo wir Street & Clubware gemacht haben. Dort damals für die Subkultur der Hip-Hopper und Skater versucht, ein Label aufzubauen. Und dort habe ich extrem viel gelernt, vor allem das Thema Subkultur. Und das habe ich dann natürlich mit ins Studium genommen und über die vielen Jahre in der Agentur ausweiten können, mit vielen Kundenprojekten, vielen Marken, die wir betreuen durften, viel erlebt. Und ich glaube, das ist einiges dabei, was ich euch mitgeben kann. Wir sind beide im Wahrnehmungsthema zu Hause und sehen einfach, dass auch wenn Marken nicht kommunizieren, es ein Image erzeugt. Da gibt es das bekannte Zitat von Paul Watzlawick. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Der kennt ihn. Er sagte, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und das sagt auch schon viel aus, weil selbst wenn man versucht, keine Marke zu sein, sagt es auch schon wieder viel aus überein als Unternehmen. Ja, letztendlich sind wir Experten im Bereich dieses Branding-Themas und können euch spannende Themen erzählen. Warum machen wir den Podcast, Ina? Wir machen den Podcast, weil wir einmal für das Thema brennen, alle beide aus unterschiedlichen Perspektiven und auch viele Synergien sehen und weil wir Marken Praxis tagtäglich erleben und euch einfach Impulse geben möchten, damit ihr für euch einen Schritt weiterkommt. Und dann ist natürlich die Frage, für wen machen wir dann diesen Podcast? Machen wir den für diejenigen, die einfach zu viel Zeit haben? Nee, ich denke, man muss sich bewusst für Markenentwicklung entscheiden und gemeint sind damit natürlich Unternehmer und Marketingabteilungen. Experten aus dem Bereich Marketing. Genau. Vielleicht auch Unternehmenskommunikation, Kommunikationsbereiche allgemein. Ja, letztendlich aber auch Management und Geschäftsführung, weil ich glaube, wer sich heute mit der Unternehmensführung beschäftigt, der kommt an dem Thema Marke einfach überhaupt gar nicht vorbei. Marke ist mit eines der Instrumente, um Unternehmen zu lenken und zu steuern, bewusst auch zu steuern, gerade in Bezug auf Zielgruppen oder eben letztendlich wichtigen Themen, auch so Themen wie Innovationsfähigkeit oder Klimafreundlichkeit, alles Themen, die du über Identität und Marke dann eben letztendlich steuerst. Das heißt, unser Podcast ist für alle, die Unternehmen steuern möchten. Genau. Und möchtest du erzählen, was die Zuhörer erwarten können von Inhalten? Ja, letztendlich eigentlich, warum überhaupt denn Identität, warum Branding, warum Markenatmosphäre? Das wollen wir euch erzählen aus unserer Sicht, unsere Perspektive, unsere Erfahrungen. Wir wollen euch erzählen, wie funktioniert denn überhaupt Markenentwicklung aus unserer Sicht oder auch mit euch diskutieren? Letztendlich, was ist Leadership Branding? Und wir haben da schon einen ganzen Rucksack voller spannenden Themen. Wir haben auch schon die ersten Folgen im Blick, die wir da angehen wollen. Unsere allererste Folge wird sich mit dem Disput auseinandersetzen, ist Branding-Kunst. Richtig. Genau, weil das beschäftigt uns oder es begleitet uns schon sehr, sehr lange, dass viele unserer Kunden zunächst der Meinung sind, dass das, was wir tun, Kunst ist. Und dass das nicht so ist, zum einen, dass es aber doch viele spannende Parallelen hat. Und was wir vielleicht auch aus der Kunst lernen können für das Thema, das wollen wir in unserem ersten Podcast mit euch diskutieren. Was kann euer Beitrag sein? Je nach so einer Idee, was unsere Zuhörer mitliefern können? Ja, auf jeden Fall eure Wünsche und Feedback aus der Praxis. Und dann können wir auch in den nachfolgenden Folgen gezielt darauf eingehen, um euch da ein Stück weiterzubringen. Und euer Feedback könnt ihr gerne an die Adresse theartofbrandingatgraustich.com senden. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf viele spannende Themen. Wir hoffen, dass wir, wir sind jetzt nicht die Ersten mit so einem Podcast auf dem Markt. Wir sind jetzt eher so die Late Adapter, aber dennoch ein wichtiges Thema. Und wir freuen uns ganz arg darauf, mit euch gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Genau. Und unsere Treppengespräche hierher zu platzieren. Genau. Wir versuchen, den auch mal aus der Sonne zu machen. Draußen scheint die Sonne. Wir sitzen hier im Studio. Und je nach Wetterlage werden wir es vielleicht auch mal draußen unter der Sonne machen, um auch ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bekommen. Bis dann. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.